Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Planet Coaster. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja und letzte Woche hat Frontier Development seinen 25. Geburtstag gefeiert und die Community dazu aufgerufen, eine Achterbahn zu bauen bzw. mehrere Achterbahnen zu bauen. Das Ganze sollte 25.000 km lang sein und wenn sie es schaffen, dann gibt es einen neuen Coaster. Offensichtlich haben die Burschen und Mädels es geschafft 25.000 km Schienen zu verlegen und somit haben wir jetzt die Möglichkeit eine neue Achterbahn zu erforschen. Das werden wir jetzt auch gleich tun. Wir werden jetzt gleich mal die Forschung starten und diese neue F25 glaube ich heißt sie erforschen. Wir werden natürlich das volle Budget investieren. Das sind 3.000. So, dann lassen wir das Ganze ein bisschen arbeiten. 45 Tage, aber das werden wir sicher noch schaffen, während wir dann sich um unseren Park kümmern. Ja, das nächste, das ich noch kurz besprechen möchte. Ich wurde in den Kommentaren gefragt, ob ich irgendwann einen Parkrundgang machen werde und die eine oder andere Attraktion benutzen werde. Selbstverständlich werde ich das machen. Ich freue mich auch schon riesig drauf. Nur ein bisschen Zeit noch. Ich möchte zumindest diesen Bereich noch fertig bekommen und dann werden wir eine Live-Folge machen, wo ich mit dir durch den Park gehe und die eine oder andere Attraktion verwende. So, ich glaube, die Informationen sollten jetzt mal reichen fürs Erste, denn wir haben eine Menge zu tun. Ich möchte natürlich heute wieder ein großes Stück weiterbringen in unserem Adventureland-Bereich. Was genau, weiß ich noch nicht wirklich. Also, das ist aus dem einfachen Grund, weil es war auch die Frage, ob ich vielleicht wieder Achterbahnen baue. Ich werde mich aber dann doch dafür entscheiden, heute keine Achterbahn zu bauen, denn ich muss da noch ein paar Lücken füllen, die mir so nicht gefallen, beziehungsweise möchte ich den Übergang dann in unseren Hotelbereich schaffen. Ja, aber ich denke, das waren jetzt genug Informationen. Die gesamte Folge ist wie immer eine Timelapse-Folge. Ich wünsche dir viel Spaß und und legen wir los. und legen wir los. Bis zum nächsten Mal. 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 go away. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.